Er bewegt sich auf die... Alter, ich raff gar nichts, ey. Stehen geblieben. Okay. Da ist er! Okay. Aber Warpool hatte, glaube ich, Teufelskräfte, oder? Aber Don Krieg... Ich weiß nicht. Wie gesagt, auch das könnt ihr mir gerne mal sagen. Das weiß ich nämlich nicht genau. Weil, ja gut, die beiden waren jetzt beide nicht so krass interessant, dass ich da alles weiß. Wow, 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 du willst Stress, du willst Stress, du willst Stress. Alles klar, ich verwandle dich nicht auch, ey. Jetzt zeige ich mir nochmal, was abgeht hier. Ich finde es so geil. Die beste, das habe ich aber auch schon erwähnt, die beste Neuerung am Spiel ist wirklich, dass sie eine alternative Story erzählen. Weil, ähm... Zum Beispiel die Dragon Ball Games. Niemal die, ja. Ich bin riesiger Dragon Ball Fan, ohne Scheiß. Aber, ähm, nach dem fünften Spiel Story nachzuholen, dann reicht es auch irgendwann, weißt du? Besonders, weil sie sich irgendwie bis heute nicht verändert hat, so großartig, die Spiele, die Kampfspiele. Ach ja. Irgendwann reicht es doch. Wir wissen es, wir kennen die Story. So, Münze halt. Was wollt ihr? Ich habe gerade euren Anführer umgeboxt. Okay, ich schaulde in mich kaputt. Okay, ich schaulde in mich kaputt. Okay, ich schaulde in mich kaputt. Besiege Donkreek, Wapu und Frankie. Frankie ist aufgetaubt? Shit. Ich will doch nicht gegen unsere Freunde kämpfen. Oh, da hinten ist eine geile Kiste. Die soll ich mir auf jeden Fall krallen gleich. Oh, fuck, da kommt Frankie. Ja, Raph, bis du hier da bist, habe ich Frankie schon besiegt. Nein, warte mal, Frankie ist so einfach, ist er nicht. Oh, der hat voll getroffen, der Seko. Quats! Stupid Light Freaky! Super! Stupid Light Freaky! Schwierig hier, das ist so saukool, Alter. Allein dieses Super! Oh, wir haben ihn wieder hinbekommen. Oh, ihr könntest du dabei? Was irgendwie das war, oder? Ich bin dran, Warte. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war's für Global Light Reim. Ich bin dran. Das war's für die Sache. Ich habe den Band einfachen der DASY für die Wahl. Ich bin dran. Ich glaube, das ist ein Schicksal. Ich glaube, das ist ein Schicksal. Habt ihr den einen Kommandanten gesehen mit den langen Haaren da aus? Wo ist der Typ? Der hier, glaube ich. Der hier. Da. Der langen Haarst. Kein Spaß. Warte mal, wer ist denn da hinten? In unserem Gebiet hier unten? Soll ich da mal eben hingehen? Da ist ein rotes Männchen. Wer ist denn das? Warpull schon wieder, ein dummes Stück Scheiße. Jetzt richtig aufgemischt werden, ne? Ich siege Dong. Schrieg Warpull, Franky haben wir ja auf unserer Seite jetzt wohl. Schauen wir mal, warpull noch mal kaputt. Oh, shit. Das lässt es schon sein, Warpull. Das lässt es schon sein. Stirb, Junge, stirb. Das lässt es schon sein, Warpull. Okay. So, das nehmen wir natürlich mit. Und jetzt geht's zu Don Creek. Was ein Gewusel hier, ey. Guck mal, uns an auch die Leiste da oben. Ich hab den Namen der Leiste vergessen. Aber hier, ob wir mehr Kampfesmuth haben als die anderen. Wir haben ja nur noch so einen kleinen roten Filzel da oben über der Map. So. Oh, warte. Da ist eine dicke Kiste. So Leute, ich helfe euch mal eben. Aber als, als Smoker-Kampf macht es richtig Bock. Okay. Ich denke mal, für den S-Rang im Kampf müsste ich wieder mindestens 1000 Leute umbringen, oder? Egal. Ab jetzt für Don Creek. Levelaufstieg, yes. Na, vielleicht wird das sogar mit den 1000 Leuten noch. Du weißt, wer weiß. Oh, shit, 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 shit. Ich muss mich verwandeln, sonst kann ich den nicht angreifen. Nein, greif doch mal Don Creek an jetzt. Ah, fuck. Wieso greift der nicht an? Yes, zack, zack. Habt ihr das gesehen? In die Luft geprügelt. In die Luft geprügelt. Und dann diesen Angriff. Und zack, ist er K.O. So muss das machen. So muss das machen. Der Schatz ist aufgedacht. Wo, 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 wo? Wo ist der Schatz? Wo ist der Kollege denn? Der war doch gerade noch hier. Ich verliere den Überblick. Oh, shit. Das war so klar, dass es nicht alles gewesen ist. Oh, shit. Na toll. Die Richtung ist nicht einer. Shit, man. Wo. So, ich schaff doch jetzt hier alle Dicken besiegt. Ey, ich schaffte das nicht. Soll ich noch ein paar aus dem Weg rollen? Oh, man fühlt sich so übermächtig, weißt du? Irgendeine kleinen Furzköppe hier zu kämpfen. Oh, was ist jetzt los? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist die? Du hast es vergessen, dann mal. Kuzin. Aber der Typ ist doch auf unserer Seite jetzt eigentlich, oder? Ich bin mal gespannt. Ja. Soll ich denn nicht da unten kommen? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Alles ist abgesperrt. Oh, vielleicht muss ich doch gegen ihn kämpfen. Ja, doch. Bestimmt, na klar. Oder? Nein. Wo bist du, Kusan? Du bist mein Gegner, alles klar. Alles klar. Er will's wissen, weißt du. Aber egal, wenn wir den jetzt besiegen, können wir den vielleicht in der nächsten Mission benutzen. Das wäre für mich richtig geil. Bäm, Junge. Das kann ich auch, das kann ich auch. Zack hier, zack hier. Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das, wie ich dich kaputt mache? Raus da, raus da, raus da, raus da. Ruffy und Crew, hätte man schon können, Ruffy und seine Crew. Egal, passt schon. Boah, das wäre so geil, wenn wir den in der nächsten Mission steuern könnten. Ja, das wäre so geil. Ja, das wäre so geil. Ja, das wäre so geil. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Ja, das wäre so geil. Wie geht's denn? 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 Das ist nur das. Dann sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns wieder. Und wie geht's Kämlin? Okay. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht zurückkommen sind. Dann können wir uns für unsere Freunde suchen. Was? Ich bin jetzt schon ein bisschen. Die Freunde, die Leute alle haben die Kili-Dial. Du willst wirklich mal die Dial-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial? Das ist doch gut. Du bist dumm. Wenn die Freunde finden, dann kannst du Dial-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial. Ich habe mich mit der Kurein-Dial-Dial-Dial-Dial-Dial. Das ist das sehr, was ich. Was ist das? Oh 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 Kopfgeld, ich wusste ja schon gerne wie hoch das wäre oder ist auf Smoker jetzt Ah, naja Ja ja Jetzt kommt die Abrechnung Na gut, Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Ich höre nämlich jetzt hier auf und beim nächsten Mal gehen wir dann die nächste Mission an Wir können jetzt als Frank spielen Kann jetzt als Freund mitgenommen werden Genau das soll ich auf jeden Fall mal ändern Weil ich möchte nicht die ganze Zeit Nami mitnehmen Die haben wir jetzt schon genug gesehen Okay Okay 5000 Sachen kriegen wir wieder Aber das ist ja nett Es ist ja das ist das japanische was an diesem Spiel ist Dieses ganze Sammeln und so weiter Es ist einfach ein japanisches Ding In erster Linie Weil die stehen auf sowas Aber ich auch Ich mag sowas Freund Episode Eine Freund Episode wurde freigeschaltet Spielst du so eine Episode Werden dich hier verschiedene Charaktere herausfordern Wenn du im Kampf siehst Dann werden diese Diese Charaktere deine Freunde Achso okay Alles klar cool Charaktere die Deine Freunde geworden sind Können während eines Kampfes gerufen werden Indem Sie unter Freunde auswählen Festgelegt werden Verschaffe dir im Kampf einen Vorteil Indem du auf die Stärke Deiner Freunde baust Okay Alles klar Allerdings Wie gesagt Das machen wir beim nächsten Mal Leute Ich bedanke mich fürs Zusehen Wie gesagt Lasst doch gerne Kommentare Bewertungen Da würde mich sehr sehr freuen Und ja Danke dafür schon mal Danke fürs Zuschauen Hau rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal